Das heißt, normales Sandwich geführt, dann die Barida, Ausgang Nummer 1, fertig. Jetzt das Gleiche mit dem zweiten Ausgang. Sandwich, Barida, zweiter Ausgang. Dann haben wir die Barida aus dem Firo gemacht. Das heißt, wir haben angefangen, einfacher Eingang aus dem Seitschritt, Seid, Rück und jetzt Barida, Vor, Fertig. Nochmal, Seid, Barida, Vor, Fertig. Dann als drittes haben wir aus diesem Wiegeschritt die Barida gemacht. Das heißt, der Mann geht einen Schritt nach vorne, Vor, Zurück, Barida und Abschluss. Und zum Schluss haben wir das noch verbunden mit Boleo. Das heißt, erst ein Boleo, rechtes Bein der Frau, dann direkt nach vorne in die erste Barida und zurück. Und als Abschluss haben wir jetzt noch den Chiro drangehängt, den wir davor gemacht haben. Das heißt, Vor, Seit, Barida, Seit, Vor, Fertig. Genau, das war's. Gut. Gut. Gut.